herzlich willkommen zu wir warten auf weihnachten ja diesmal leider mit voice over alle 15 videos die ich gedreht habe sind mit heftigen hintergrundgeräuschen zu hören und es ist einfach nicht schön ja ich habe eine karte für euch die habt ihr vielleicht schon gesehen und zwar hat die stamping ab auf ihrer instagram seite gepostet die ist mir sofort ins auge gefallen es ging in diesem beitrag um eine challenge sozusagen dass man die designerpapiere einfach mal ausschneiden sollte es gibt so viele schöne designerpapiere die lauter kleine figuren motive haben und warum nicht mal ausschneiden ich habe das gemacht ich schneide gerne aus also das war für mich super entspannt und darum ja war das für mich eine tolle challenge die motive die sind super ich mag die farben ich mag wie die glöckchen aussehen also die kugeln und ich habe es noch ein bisschen verändert ich glaube die karte von stamina bis a6 und ich habe eine quadratische draus gemacht und habe die schleife weggelassen das könnt natürlich ihr machen wie ihr wollt eure fantasie ist da keine grenzen gesetzt ich habe natürlich dann noch gleich weiter gemacht wenn ich schon im ausschneiden bin das designer papier heißt vielfältig feierlich und das ist das gastgeberin set aus dem mini katalog und es hat echt viele schöne kleine motive diesmal dabei und wie gesagt ich habe dann mich gleich hingesetzt habe mehrere gemacht zum beispiel das halloween das war super einfach das kann man auch super dann aufkleben so viele verschiedene farben und größen hat man da nicht und deswegen muss man da nicht groß nachdenken das finde ich mega das ist mal was ganz anderes und die bäumchen ja das ist wald also da kann man noch ein paar andere vielleicht nur in halbkreis oder also das macht wirklich spaß und die herbst variante die kann man jetzt schon benutzen das war ein bisschen knifflig also das ist wirklich klein auszuschneiden ja das ja heftig aber ich finde trotzdem sieht schön aus am meisten spaß haben wir die kugeln gemacht und deshalb möchte ich die noch mal mit euch machen aber das prinzip ist ja gleich also das ist könnt ihr überall übernehmen und ihr könnt auch andere design und papiere nehmen von stemming up oder was ihr zu hause habt passt alles also ihr braucht zunächst ja ein a4 bogen dann den aufleger der ist 14 mal 14 und ich habe mit den lageweisen kreisen in loch reingestanzt ihr könnt auch umgekehrt machen indem ihr lageweise kreisen nehmt und einen weißen kreis auf das designer papier klebt ich fand es so schöner dann ist es direkt auf der karte drauf euren spruch den ihr später stempelt aber das die logik oder das prinzip ist also das aussehen ist danach gleich das habe ich benutzt ja also wir schneiden zunächst die karte zu die ist 14,5 x 14,5 und zunächst an der kurzen kante auflegen bei 14,5 und ja ich mache das gerne indem ich jetzt die 14,5 falze und das ganze zusammenlege nochmal nachfalze und dann lege ich es erst drauf um zu schneiden ihr könnt natürlich auch die 29 zuschneiden auf der langen seite aber so habe ich irgendwie bessere kontrolle dass das stück gleichmäßig abgeschnitten ist aber das ist auch wie ihr eure technik habt entschuldigt dass ja mein hund ist leider in der pubertät der mag mich im moment nicht der mag raus aber draußen ist es dunkel und nass wir waren auch schon gassi und trotzdem er mag heute nicht er meckert mit mir gestreichelt habe ich ihn auch schon falls ihr jetzt meint ich lasse meinen hund im stich nein wir haben schon gekuschelt wir haben auch schon gespielt aber er mag mich nicht er guckt mich ganz vorwurfsvoll an aber er ist es gewohnt dass man draußen dass er die ganze zeit draußen war und jetzt ist dunkel und kalt draußen wir haben nämlich erst 7 uhr ja sorry für den hundetag ja wie ihr hier sehen könnt lege ich mir die kugeln zurecht und schaue dass die kennt ihr das wenn ihr arbeiten wollt und dann kommt was dazwischen nämlich ein kleiner süßer hund ok also wie ihr seht ich habe mir die alle hingelegt vorher vorm kleben damit die farben gleichmäßig verteilt sind und keine drei rosa nebeneinander die länglichen die sind mehr auf der seite die runden mehr unten und oben einige hebe ich noch später hervor mit der menschen ist dann kommt es auch besser raus und ja das klappt dann besser mit dem aufkleben wenn ihr euch das vorher so hinlegt und wenn es euch dann gefällt dann könnt ihr loslegen mit mit dem aufkleben genau noch ein bisschen mehr die rundung raus bringen und dann ja klappt so nach dieser schönen musik seid ihr hoffentlich in der nächsten weihnachtsstimmung schaut noch mal dass die karte richtig rum ist wobei das auch eine schöne karten richtung ist und dann geht es an den spruch und ich habe mir diesmal süße weihnachtszeit rausgesucht den finde ich total klasse der hat so eine schöne moderne kindliche form und das finde ich passt ganz gut zu den kugeln dafür habe ich mir sommer sorbet rausgesucht eine passende farbe für weihnachten die kommt mitten rein ich glaube auch sommer sorbet war auch ist auch in diesem designer papier drin also kann auch sein also ich finde die passt ganz gut das geht so rot so ein bisschen ins pink nicht ganz ja und ich fand die farbe passend also man hätte jetzt auch grün nehmen können oder das blau sticht hervor aber ja da ich viele rote kugeln drin habe passt das jetzt kommen noch die steine in milchglas optik ich habe jetzt gar nicht mehr geguckt ob die noch im katalog sind aber ich finde die halt sehr dezent und die stehlen jetzt nicht unbedingt den kugeln die schau die unterstützen das ganze nur also ich finde schon dass man den augenmerk auf eure leistung nämlich dass ihr die kugeln ausgeschnitten habt das sollte man nicht verdecken und die sind dann eher zur unterstützung da aber auch hier gilt wie ihr das wollt also wenn ihr das glitzernd haben wollt nehmt zum beispiel die basic straß steine nehmt andere sachen die glitzern also euch überlassen ich bin eher team dezent ja so das war's schon für heute ich hatte mit vielen pannen zu kämpfen und ich hoffe trotzdem dass die serie euch gefällt und dass ihr spaß daran habt und dass ihr viele inspiration mit nehmt wie gesagt erwartet jetzt keine besonderen karten formen daraus aus dieser serie sondern einfach nur inspirationen was ihr alles mit den produkten von stemmen ab im mini katalog anfangen könnt ihr habt ihr noch mal alle verschiedenen karten hier habe ich zum beispiel keine glitzersteine genommen sondern nur die sterne noch aus dem bogen ausgeschnitten und ja dann bleibt mir nur noch zu sagen wir sehen uns morgen wieder hoffentlich und bis dahin macht's gut tschüss bis zum beispiel